Stärke und Zellulose bestehen beide aus Glucosemolekülen, die linear hintereinander angeordnet sind. Zusätzlich sind bei beiden die Glucoseeinheiten über dieselben Kohlenstoffatome miteinander verbunden. Doch nur die Stärke ist für Tiere und Mikroorganismen eine leicht zugängliche Nahrungs- und Energiequelle. Zellulose dagegen ist für Tiere nicht vertaubar und kann nur von wenigen spezialisierten Mikroorganismen abgebaut werden. Wir wollen verstehen, weshalb das so ist. Und dafür müssen wir tief in die Zuckerchemie eintauchen. In wässriger Lösung liegt Glucose in zwei verschiedenen Varianten vor. Einerseits in einer linearen, offenkettigen Form, links gezeigt hier, und andererseits in einer ringförmig geschlossenen Variante. Zwei Formen davon sind rechts gezeigt. Die ringförmigen Varianten nennt man auch Pyranose-Form, dies aufgrund der Ähnlichkeit mit Pyran. In Wasser gelöst liegt Glucose gleichzeitig in der offenkettigen, linearen und in der ringförmig geschlossenen Form vor. Beide Varianten stehen in einem Gleichgewicht. Wenn die lineare Form zu einem ringförmigen Molekül wird, reagiert Kohlenstoffatom Nr. 1 mit dem Sauerstoff, der am C5-Atom hängt. Das Proton geht zu diesem Sauerstoff hier. Der entstehende Ring nennt man in der Chemie ein zyklisches Halbacetal und man kann sich diesen Ring hier als Ebene vorstellen. Auf der Oberseite des Rings liegt Kohlenstoff Nr. 6. Das wäre hier die Nr. 6. Für dieses Sauerstoffatom hier gibt es nun zwei verschiedene Möglichkeiten. Im Fall hier oben liegt der Sauerstoff auf der gegenüberliegenden Seite des Rings. Das wäre also hier auf der Unterseite. In dem Fall bezeichnet man diese Anordnung als die Alpha-Form der Glucose. Das wäre hier diese Alpha-Darstellung. Die zweite Variante, wie der Sauerstoff angeordnet sein kann, wäre blau. In diesem Fall kommt der Sauerstoff auf die gleiche Seite zu liegen wie der Kohlenstoff Nr. 6, also auch auf die Oberseite. Wenn wir dann nochmals die Ringebene einzeichnen mit dem Kohlenstoff Nr. 6, dann befindet sich jetzt der blaue Sauerstoff auf der gleichen Seite. Und wenn beide Gruppen auf derselben Seite des Rings sind, dann nennt man das die Beta-Form der Glucose. Der Unterschied mag winzig klein erscheinen. Für die Natur hat er allerdings sehr grosse Konsequenzen. Untersucht man die Chemie, der Stärke und der Zellulose, dann wird deutlich, weshalb das so ist. Und hier hinten, wir sehen uns dann die ECO Software. Vielen Dank.